Herzlich Willkommen wieder zu einem StarCraft 2 Spielchen Ich werde einfach mal ein kleines Gamechen zocken und wir werden einfach mal sehen wie ich mich so schlage ich habe jetzt schon gerade zwei Spiele hinter mich gebracht. Eins habe ich gewonnen, eins habe ich verloren Ja einfach mal gucken Ich bin jetzt ja Platz 7 Platin Ja bin zwischendurch wieder auf Platz 10 gesunken und dann wieder ein bisschen wieder gestiegen gegen den Zerg. Okay das heißt auf der Map spiele ich Ja doch ich spiele Hellions und wenn ich die Hellions draußen habe um den Zerg damit ein bisschen zu nerven baue ich einfach eine riesige Armee und versuche ihn Zerg damit zu killen So wie ich das eigentlich immer so gegen Zerg mache das funktioniert eigentlich super dann kann man dann auch noch Medi weg und so raus bringen Also einfach nur Tanks, Marines, Medi weg So der Standard Kann sein dass Fraps hier so ein paar Sprengrenzchen macht weil ich habe die Fertrate gerade noch nicht wieder gefegt So der WBF muss noch unten um die Wall inzubauen Und mal gucken So Hallihallo kleine WBF Ach fuck ich habe das wieder nach rum gesetzt Kommt davon wenn man die ganze Zeit eigentlich nur da so dumm rum klickt ohne Sinn So Ja naja egal Das wird nicht spielentscheidend sein Ähm Jut Dann baue ich mal gleich als nächstes WBF bereit Die Dingens Nee da muss ich mir einfach mal hier so einen abzpacken So der WBF geht scouten Der baut die Baracke Wunderbar Hier werden weiter fleißig WBFs gebaut Und dieser WBF wird dann danach hier rangehen So dann brauchen wir jetzt noch das Gas So So mit einmal Gas haben Danke Und ja Mal gucken was unser Scouting-Vogel hier so sagt Ey du kleiner WBF Fahr nach hier bitte Danke Wie weit ist die Baracke Wie gut Oh da ist die Echse Da ist der Overlord Das heißt hier wird er zeigt wie sie dann auch befinden Ähm Zwei Arbeiterlein ins Gas Das ist nämlich fertig Das hier ist auch gleich fertig Ein Gas ist nicht besetzt So Ich wünsche euch kurz hier noch was ausbauen So Da wurde gerade der Brutschleim cool gesetzt Ähm Der bitte nach da oben Lästige Drohne verfolge mich bitte nicht Ich möchte wissen wenn du dann zweites Gas nimmst So Hier wird dann Ach ne hier wird noch nichts gebaut Erst kommt nämlich die Fabrik So Die Fabrik Wird jetzt gebaut Der geht nach oben Und der kommt wieder zurück Der WBF So jetzt wird Eigentlich noch Marine gebaut Und danach kommt dann Ah scheiße ich baue noch Marine Abmarsch bereit Kommt noch was So der noch da der noch da Ach er hat abgelassen vom Scouting WBF Super So Du fährst wieder in die Basis Also Sicherheit Baba Danke Hier muss der Reaktor noch bauen Timing jetzt ein bisschen raus So Jetzt kommt erstmal noch eine Echse Dann brauche ich erstmal noch einen Hellion Eigentlich müsste der jetzt hier schon fertig sein So 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 Gut Baue ich mal hier noch schnell ein Depot hin Und hoch mit dem Ding Da fängt der Overlord wieder rein Da fängt der Overlord wieder rein Das kann ich echt nicht ab Das ist ja hier alles wunderbar Haben wir den Overlord hier auch schon vertrieben So So die Baracke fliegt nach unten Ich brauche zwei weitere davon Boah Was legt das denn so Da unten ist noch ein nochmal Overlord So Uh Der ist schon halt angeknackt Er fliegt mal bitte wieder zurück Und hier wird noch eine Baracke herangebaut Das wird auch ausgebaut Der Depot wäre auch nicht schlecht Obwohl das eigentlich gar nicht nützt Ähm Nichts bringt jetzt So Der muss wieder repariert werden So Die fahren mal vor und gucken was da so Sache ist Hier wird's dimmer vor Hier wird ein Tank gebaut Und Ähm Ähm Oh weg mit dir Alien Mit dem Plan Los komm Wurzeln die anderen auch noch Tank ist bald fertig Arbeiter bauen Ja in einer Reihe erwischt Juhu Und perfekt Und noch einmal Und jetzt weg mit dem Alien Ist das alles So jetzt zumal Mules callen Ordentlich Noch nen Tank gleichen Auftrag Uh das Gas war zu früh Jetzt kommt der Tank Jetzt kommt das Gas Na komm Gas Danke So der Hain ist auch da Dann mal bitte ne Runde repariert Jawoll Ich warte Und wir brauchen nur ein Depot Und weitere Arbeiter Und ein Tank Boah was ruckelt das Spiel denn so Kommt schon Scheiß wer jetzt Das fällt auch ein bisschen sinnlos Aber egal Ist ok Ach da sind sich ganz viele Zwergänger Dann schiebe ich mal meine Echse nach unten Ach da weiß man nämlich nicht was er machen soll So Siege Mode muss erforscht werden Nipko muss gebaut werden Und noch Nipko muss gebaut werden Jetzt schicke ich mal zwei Arbeiter Unten an die Mineralienlinie Um mal ein bisschen Hallo zu sagen So die sollen nämlich jetzt nen Bunker bauen Dann kann die Echse landen Ein weiterer Tank soll gebaut werden Und soll gleich noch Uh jetzt leckt es wieder ein bisschen So Boah So Raumportal gebaut werden Oder nicht Raumportal wie heißen die Dinger Raumhafen Das ist eigentlich das gleiche So und ich würde sagen wir greifen jetzt mal an Ich hoffe dass nicht zu viele Runbites uns killen werden Aber naja So muss einfach mal ein bisschen auf die Karte gucken So Tanks weiter produzieren Und da noch da Supplymates sieht auch eigentlich alles ganz ok aus So So Erweiterame gesammelt sich bitte dort Oh das war ein bisschen dummer Angriff von ihm Wann greift er denn jetzt an? Er hat doch Verstehe ich auch nicht ganz Verstehe ich nicht So da bitte Los 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 Aufstack und Einsatzverein Aufstack und Einsatzverein Einmal gut durchgepowert würde ich sagen Auf jeden Fall Und ab gehts ins nächste So 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 so